Wir wollen uns einmal einen Überblick über die Sattelpunkte von Winkelfunktionen verschaffen. Dazu schauen wir uns als erstes wieder die Funktionsgleichung an, welche sich ja aus den Winkelbeziehungen im rechtwinkligen Dreieck ergeben werden, also Sinus, Cosinus und Tangens, jeweils von einem Polynom und wie wir sehen, beschränken wir uns hier auf Polynome vierten Grades höchstens. Und wenn wir die Polynome in ihrer Parität weiter als Unterteilung nutzen, dann können wir sozusagen immer Winkelfunktionen von Polynomen ungeraden Grades und Polynomen geraden Grades bilden. Und genauso wollen wir uns das auch immer betrachten. Und wir wollen uns ja die Sattelpunkte anschauen. Dazu als erstes nochmal, wie werden die berechnet? Da ist hier die hinreichende Bedingung, die uns darüber Aufschluss gibt. Die setzt sich ja immer aus mehreren Geschichten zusammen. Wir gehen mal von vorne los. Wir hätten also, erste Ableitung ist 0, denn wir wissen ja, dass wir eine Nullstelle des Anstiegs ausrechnen wollen. Und eine ungerade Ableitung ist ungleich 0. Das dient dazu, die Parität der Nullstelle nachzuweisen. Und wir wollen ja für Sattelpunkte gerade Nullstellen der ersten Ableitung haben. Und deshalb versteckt sich hier oben auch eine ungerade Parität im Ableitungsgrad. Denn unsere Nullstelle bezieht sich ja auf die erste Ableitung. Wohingegen sich dieser Ausdruck ja auf die Ausgangsfunktion bezieht. Und diese Strich sozusagen, könnte man jetzt auch sagen, erzeugt dann diese plus 1 dahinter. Aber auch das wissen wir schon. Wichtig ist, wir erhalten also eine gerade Nullstelle. Sprich zweiter, vierter, sechster und so weiter Ordnung. Und das erzeugt eine Berührung der ersten Ableitung mit der x-Achse. Das wiederum erzeugt keinen Vorzeichenwechsel der Funktionswerte beim Durchgang durch die Nullstelle. Und damit liegt zwingend ein Sattelpunkt vor. Das ist sozusagen die Aussage dieser Gleichung und Ungleichung. Und wenn wir uns jetzt im Schulstoff bewegen, dann beschränken wir uns dort einfach wieder auf Nullstellen zweifacher Ordnung. Nullstellen, die zweifach sind. Also eine doppelte Nullstelle. Wenn wir diese Vielfachheit anschauen. Das ist also ganz wichtig. Und da dürfen wir dann auch wieder Notationen mit unseren Strichen einführen. Weil wir ja wissen, wie wir jetzt die Nullstelle der zweiten Ordnung nachweisen. Dann müsste ja die zweite Ableitung von der Ausgangsfunktion Ungleich Null sein. Und die Ausgangsfunktion ist ja hier die erste Ableitung. Und dementsprechend wäre die zweite Ableitung der ersten Ableitung die dritte Ableitung. Und dementsprechend wäre jetzt hier f3 Strich Ungleich Null. Und damit liegt dann dort eine doppelte Nullstelle vor. Sprich eine Nullstelle gerader Ordnung und damit ein Berührungspunkt. Hier nochmal der Überblick, wo wir auch die Art noch des Sattelpunktes mit reingenommen haben. Wenn wir das mal Schritt für Schritt durchgehen. Nochmal ganz kurz. Wir haben also die erste Ableitung ist 0, denn der Anstieg ist 0. Mathematisch gesehen berechnen wir eine Nullstelle. Hier durch die dritte Ableitung Ungleich Null charakterisieren wir diese Nullstelle als zweifache bzw. doppelte Nullstelle. Damit haben wir eine in ihrer Parität betrachtet gerade Nullstelle der ersten Ableitung. Und das bedeutet, dass die erste Ableitung die x-Achse berührt. Und damit kommt es nicht zu einem Vorzeichenwechsel des Anstiegs. Und damit haben wir auch wirklich eine Sattelstelle vorliegen. Und diese beiden Bedingungen zusammen nennt man auch aussagelogitechnisch die hinreichende Bedingungen. Und jetzt wollen wir uns nochmal um die Art kümmern. Die Art betrachtet dann genau, wie die Vorzeichen in der Nullstellenumgebung aussehen. Wir wissen ja schon, dass wir keinen Vorzeichenwechsel haben. Aber es kann jetzt ja zwei Fälle geben. Einmal von Plus zu Plus und einmal von Minus zu Minus. Und das weisen wir mit der Ableitung nach, welche Ungleich Null ist. Also hier die dritte, die kann größer Null sein, sprich positiv, sprich Plus. Und da ist die Eselsbrücke. Da können auch nur Vorzeichen in der Nullstellenumgebung von Plus vorliegen. Das entspricht einer Berührung der ersten Ableitung von oben, wenn wir uns die Berührung mit der x-Achse anschauen. Und dementsprechend haben wir Anstiege, die steigend sind vor unserer Nullstelle, aber eben auch steigend danach. Und dann hätten wir also unseren klassischen Sattelstieg, weil es davor und danach eben aufwärts geht. Und wenn unsere dritte Ableitung kleiner Null ist, dann ist es ja was Negatives, sprich was Minusbehaftetes. Und auch da die Eselsbrücke Minus, kann man sich dann wirklich für beide Vorzeichen verdoppeln. Hätten wir eine Berührung von unten mit der x-Achse, also die erste Ableitung berührt diese von unten. Und das heißt, die Anstiegsberge sind fallend vor dem Sattel und fallend nach dem Sattel. Und deshalb nennen wir das Ganze dann auch mit der Art einen Sattelfall. Und jetzt wollen wir uns das nochmal für die wichtigsten Funktionen anschauen. Also auch, um rauszufinden, ab wann können Sattelpunkte auftreten, was bedarf es da zum Beispiel dafür, für einen Polynomgrad. Und auch, gibt es überhaupt Sattelpunkte für alle unsere Winkelbeziehungen. Das ist auch so eine Frage, die uns interessiert. Und da wollen wir mal anfangen mit Sinus- und Kosinusfunktionen, welche ein Polynom haben, das ungeraden Grades ist. Es könnte also ein ersten oder dritten Grades sein. Und da sehen wir schon, dass so ein Sattel erst ab Polynom dritten Grades auftaucht. Also hier im Leitkoeffizienten, im Index, versteckt sich ja auch der Grad des Polynoms, wissen wir schon. Und diese Funktionen, die wir hier sehen, die können also jeweils über Sinus und Kosinus gebildet werden. Und ja, wenn wir uns jetzt hier mal den Anstieg anschauen, davor, das sind also hier alles Extrempunkte. Das heißt, wir hätten immer steigend fallen, steigend fallen und so weiter, so einen periodischen Wechsel. Das bedeutet auch, wir haben dort einen Vorzeichenwechsel des Anstiegs. Aber hier ist eben noch ein besonderer Punkt, der uns interessiert. Dort ist der Anstieg auch 0, also erste Bedingungen erfüllt. Und es liegt kein Vorzeichenwechsel vor. Denn beim Durchgang durch diese Nullstelle hat die erste Ableitung eben positive Vorzeichen und danach immer noch positive. Und das klassifiziert das Ganze eben für einen Sattelstieg. Und für negative Leitkoeffizienten wäre es genau andersrum, würde die Funktion hier fallend sein und nochmal fallend am Sattel. Selbstverständlich ist der Anstieg hier 0. Und ja, das wäre dann ein Sattelfall. Was man übrigens hier auch noch schön sieht, wir hatten das jetzt nicht nochmal extra besprochen bei unseren hinreichenden Bedingungen. Aber wenn wir uns erinnern, dass die dritte Ableitung ungleich 0 sein soll, dann kann das ja nur passieren, wenn auch die zweite Ableitung gleich 0 ist. Und wenn die zweite Ableitung gleich 0 ist, bedeutet das, auch im Sattel ist der Drehsinn 0. Also wenn wir uns einmal von oben betrachten, die Funktionen, wäre die hier rechts und links drehend und hier wäre sie links und rechts drehend. Aber ganz wichtig, wir haben eben auch den Anstieg der 0 ist, deshalb sind Sattelpunkte aus unserer Sicht auch keine Unterfälle von einem Wenderpunkt. Es gibt bestimmt auch Leute, die das anders sehen. Diese Meinung akzeptieren wir natürlich und respektieren das, aber haben auch eine gute Begründung, dass man das hier tatsächlich auch theoretisch anders angehen kann und damit eine viel größere Klarheit erhält. Aber wir wollen uns nochmal weiter um Sinus- und Cosinusfunktionen kümmern, wo ein Polynom geraden Grades auftaucht, also theoretisch erstmal zweiter und vierten Grades. Und auch hier ist es so, dass erst bei einer quartischen Funktion, die auftaucht, ein Sattel gebildet werden kann. Also eine quadratische reicht nicht aus, wir brauchen also ein Polynom vierten Grades, das erkennen wir wieder schön am Index, das Leitkoeffizienten. Und wir markieren es uns einfach mal für positive Leitkoeffizienten, hätten wir hier ein Sattelstieg und für negative hätten wir hier ein Sattelfall. Das ist also problemlos möglich. Jetzt wollen wir uns nochmal eine ganz andere Winkelbeziehung anschauen, nämlich unseren Tangens. Tangens-Funktion zunächst einmal mit einem ungeraden Grad des Polynoms, also erster und dritter Ordnung theoretisch. Wir sehen aber wieder, erst bei einer kubischen Funktion kann überhaupt ein Sattel entstehen. Also die linearen Funktionen, beziehungsweise Polynome ersten Grades interessieren uns einfach gar nicht. Erst ab Polynom dritten Grades kann es wieder zum Sattel kommen. Hier hätten wir einmal den Fall, dass ein Sattelstieg vorliegt und rechts für negative Leitkoeffizienten den Fall, dass ein Sattelfall vorliegt. Denn das wäre ja steigend zu steigend im Durchgang und das wäre fallend zu fallend. Und beide hätten natürlich den Anstieg 0, aber auch den Tresen. Und zu guter Letzt betrachten wir noch die Tangens-Funktion mit einem geraden Grad im Polynom, also zweiten und vierten Grades. Auch da wäre es so, dass wieder erst ab Polynom vierten Grades überhaupt diese Sattel hier zu Tage trägen. Quadratische Funktionen reichen nicht aus, quadratische müssen her. Und für positive Leitkoeffizienten haben wir hier wieder einen Sattelstieg und hier hätten wir wieder einen Sattelfall. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass wir alle Arten von Sattelpunkten für alle unserer Winkelfunktionen vorfinden können, wobei die Anzahl auch beschränkt sein wird. Wer noch Fragen hat, der schreibt etwas in den Kommentaren und ansonsten wünsche ich noch ganz viel Spaß mit allen weiteren Videos.